Hallo, mein Name ist Matthias Nowak. Ich bin Individualtrainer für Fußballprofis und für junge Talente. Zudem bin ich Technik- und Kreativtrainer des FC Bayern München Frauenfußball. Dieser Film ist nur dann für dich genau das Richtige, wenn du mit Leib und Seele Fußballer bist. Wir zeigen dir in diesem Film viele Tricks, viele Übungen, die es dir ermöglichen, schnellstmöglich bessere Leistungen auf dem Fußballplatz abzuliefern. Aber hier sind natürlich auch noch andere Dinge drin, die wir hier mit trainieren. Orientierung, Ballgefühl, Feinkoordination. Wir brauchen nicht nur mutige und angriffslustige Spieler, wir brauchen auch raffinierte, schlaue, clevere Fußballspieler. Das ist das, was Pep, Gagnola und viele andere Trainer von einem guten Spieler erwarten. Es braucht dafür natürlich, um erfolgreich 1 gegen 1, 1 gegen 2 Situationen zu gestalten, natürlich im Grunde genommen eine noch bessere Technik, einen noch schnelleren Kopf. Und wie kannst du das trainieren? Mit unseren Übungen, mit unseren Finden in diesem Film. Gäste. Drei Ressort